Dann töten wir einfach mal, ne? Lies sich jetzt so, als wenn man die nicht in der Nähe von denen töten müsste. Aber wenn keine mehr da sind, können wir auch keine mehr töten. Ja, die Spawnrate ist recht mitleidenswert, liebe Leute. Genau, dazu wir wieder am Start. Sollen sie schön mal die Zeit da verbringen. Wenn Stefanie ist am Start. Wo? Ich habe einen Schatz gestohlen. Du wirst ihn niemals finden. Tschüssikowski. Zimt Orga Strahlende Sandalen des Sternendeuters Oh, hier gibt's Tims. Wie geht's denn so, Mann? Warum wundert's mich nicht, dass... Ich dachte dazu nischt mehr. Sagt nix. Gar nischt. Sagt dafür aber ganz schön viel. Hallo, Mann. Und jetzt? Ja, jetzt gehen wir... Norden oder Süden? Dann geh ich die Quest zum Süden machen. Dann haben wir alle vier und können abgeben gehen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich wusste gar nicht, dass Elementarrisse angreifen können. Untertitel. unless will. Dann bleiben wir unsırd critert. Ja. Wenn ihr quiser... kommt. Hammany. Actually will ich mir das. Ich muss einfach die Schnitte der Folgen so setzen, dass sie auf die Standbilder fallen. Dann habe ich fünf Minuten Folgen. Yeah! Wir haben dann mal ausgerechnet, dass wir dann bis Ende des Jahres keine Aufnahme mehr brauchen würden. Macht Sinn. Oder wir töten einfach in jeder Folge einen Mob und dann nächste Folge. Fertig für heute, liebe Leute. Und auf Wiedersehen! Zehn Sekunden Folgen. War schön mit euch. Tja. Da wäre da wieder eine Folge zu Ende. Was müssen wir hier machen, bitte? Der sitzt bestimmt außerhalb vom Rand vom Gebiet und guckt, wie die Counter hochticken. Oh! Nee, ich töte hier die ganze Zeit diese gefrorenen Erden. Ja! 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 Aber es interessiert keinen. Die Dinger haben eine unerbittliche Drop-Chance von ihren Items. So gucken. Wie der Counter hoch zählt. 0,001 0,002 Nächste Folge? Hahaha! Hahaha! Wie viele Risse hast du denn geschlossen bis jetzt? Ähm... Alle? Bist du krass? Bist du krass? Ja, ne? Ja, ich nicht zum ersten Mal. Hahaha! Aber zum letzten. Hahaha! 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 Wie viele Risse hast du denn? Nein, ne? Ach, Risse-Quatsch. Hier, diese Erde. Nächste Folge. Hahaha! Yeah! Cool! Nächste Folge. Wie früher beim Telegram. Wir haben es... Stopp! ...gefunden und nehmen es... Stopp! Mit in unser Stopp! Geheim Stopp! Labor Stopp! Nein, Stopp! Habe das Päckchen Stopp! Hinter einem Stopp Stopp! Stopp Schild Stopp! Versteckt! Stopp Schild Stopp! Versteckt! Noch drei Essenzen! Noch zwei Essenzen! Nächste Folge. Hahaha! Noch eine Essenzen! Wieso droppen denn bei dir so tierisch? Jeder Mob ein Drop! Hört sich! Da ist der Drop gelotscht! Sorry! So, das wären dann alle meine Drops. Dann brauchst du gar nicht anzukommen. Ich geh mal abgeben. Hahaha! Wie viel hast denn du jetzt? Davon? Viel zu wenig. Hahaha! Ja, ich hab ja auch alle. Ich muss jetzt erstmal warten, bis ich die abgegeben hab. Damit die wieder unter die Mobs schmuggeln. Was habt ihr im Kopf? Sagt er zu mir. Nur nicht so schüchtern. Die Frage ist berechtigt. Die Frage ist berechtigt. Sagt er? Und schüchtern! Ich hab den Segen von Simthorga bekommen. Nächste Folge. Soll ich hier mal auf dich warten? Boah, rasant, rasant. Ja, da waren tote Elementare auf der anderen Seite. Da war ein Zeug drin für mich. Irgendwer hat da Vorarbeit geleistet. Wie viel EP-Prozent hast denn du? 300. Achtung, das folgende Räuch, was sie nun hören, ist das Muten meines Mikrofons. ARK! 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 Ach, muss ich wieder alleine unter Alter spielen? Hier so eine Scheibenkleister-Scheibe. Naja. Sorry, die Kehle ist nun mal trocken. Die Knauze, die glauben das doch alle. Kommen wieder private Nachrichten über YouTube. Boah geil, was hast denn du für ein Headset? Ich will auch so einen Ton haben. Kann man gar nicht anklieren. Ja, die Hure kann man kaufen. Die 1-Euro-Hure. Was? Jetzt ab in den Süden. Es wird doch mal Zeit, dass wir mal endlich einen Aufnahmestopp machen, oder? Hat sich ein bisschen hingezogen jetzt hier. Das ganze Rumgelegge probiere bei dir und so. Schon zwei Tage am Pro... Was? Zwei Tage, sagt er. Hallo. Hacko. Schweiz hier mal im Kreise. Aschi Medis. Ja, und Medis. Medi, fahr kein Aschi. Hahaha. Was ist hier mit Hakua los? Warum können Katzen mit mir reden? Warum geben mir Katzen Aufgaben? Warum lasse ich mir von Katzen Aufgaben geben? Nächste Folge? Weil... Katzen sind Schwarzen. Hopp. Oh, ich liebe es, Tafeln zu fahren. Ich hätte davon nicht genug schon in letzten Folgen gesammelt. Ich erinnere nur in der Inni, wo sie mir beim Bosskampf alle Tafeln weggelootet haben. Ich sehe, das war ich. Ich wollte es nicht an. Ich wollte es nicht an. Nachher fängt das... Ja, nachher fängt Offscreen wieder das Geweine an. Du machst mich nur... Machst mich nur fertig, also wenn wir aufnehmen. Dann spiel dich nicht mehr mit. Ja, und was sag ich immer daraus? Die Schnauze und drück endlich nummblock Kommataste, damit in die rote Zahl kommt. Die... Ich schreib rote Zahl gerade, ja. Rote Zahl? Sind da drinnen auch... Ja, jetzt sind da vielleicht keine Tafeln mehr da drinnen aus. Im Allgemeinen, meine ich. Nee. Überhaupt nicht. Korbnuss und Tafellooten, bitte. Entschuldigung. Sowas macht man natürlich nicht. Ich kann das auch ohne Tafeln. Ja, mit einer Katze am Rücken. Hilf mir, hilf mir, er hat mich gesehen. So, was müssen wir jetzt noch tun? Verfluchte Abkömmling von Harkoa wiederbelebt. Ich muss hier, glaube ich, erst... Und ich Abkömmlinge von Harkoa töten und wiederbeleben. Und wieder töten und wiederbeleben. War wohl Prinzip. Da kommt der Nerd in ihm raus. Wieso muss man diese... Abkömmlinge töten, damit man sie wieder retten kann? Kriegst du die eigentlich mit? Na schön, mach ich den ganzen Schmodder also wieder für uns, während du deinen blöden Tafeln sammelst. Ja, dann töte gefälligst mit... Abtafeln alle. Tiere. Was müssen wir töten? Auch noch diese... Trolle? Trolle? Ne, ich frag nur. Ne, wir brauchen die Katzen. War nur ne Frage. Katzen, vergiss die Katzen nicht. Dann drück auf dein Schnurrbart, damit er wiederbelebt wird. An den Schnurrbarthahn ziehen. Oh. Run to your mommy, spiel dich. Fliegst wieder auf deinem hässlichen Kackvogel. Na du Kackvogel. Wo rennst du hin? Ja, hier waren noch T-Jaws. Fertig. Fertig. Nächste Folge. Oh, hier gibts wieder... Items für Andere. Für Andere. Obwohl, den Fokus nehm ich einfach mal. Gern auf den Fokus. Fertig, den Fokus. Äh, gegen den Titanseeg. Nehmen wir den. Bei wie viel EP-Prozent bist du denn? Ähm, bei 53. Kannst du von ausgehen. Was hast du jetzt... Gibst du jetzt hier alles in der Mitte ab? Ne. Noch auch. Gib keine Gewichtes mehr ab. Aus Prinzip schon nicht mehr.